Sondern auf gefühlt 20 E-Mail. Naja, das war echt gut. Was ist mit ihm hier los? Okay. Was ist hier heute los? Okay, da ist ein Alpha. Kiste, grab all. Ciao Kakao. Erstmal schön Hackengas. Kannst du doch noch weghauen, oder? Hast du doch schon Fische angemacht. Naja, viel weiß ich nicht. Ich habe erst 203 Mal raufgeschossen. Und so ein Alpha hat ja gefühlt 4 Millionen HP. Ist ja ein Boss. Keine Ahnung, könnte ich. Aber ich habe jetzt gerade auch keine Jumper an und all sowas. Sprungliebe ist wichtig, Apfel. Die kann man mal zurücklassen. Neun Schuss. Sprungstiefel vergessen. Die braucht kein Mensch. Typ ist ja direkt hier. Warum? Okay. Okay. Fino Berger. So wie ich mir das vorstelle. Jetzt sind hier 2 Euro runter bekommen. So. Ähm. Oh einfach so. Er schießt schon wieder. Okay. Kreislauf perfekt. Wunderbar. Okay hier du kriegst. Oh der fuck. So. Schlimmer Knoten ins Rohr gemacht. Das ist völlig unmöglich mit dem. Völlige. 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 Eskalation bei dir. Lass mich nur so ruhe du Filu. So. Erstmal hier. Zack. Wo sind die Sprungstelzen? Buddy. Er ist tot? Hat er sich selber hochgesprengt? Ok. Dit game! Wart auch. Er hatte sich selber mit seinem Stand hier und hat... Wie geil ist das denn? Diese Kneine du. Dich habe ich auch immer kurz mal Frust auslassen. das habe ich das habe ich neulich mal glaube ich bei so einem kleinen geschafft die die kleinen mobster von dem kleinen feld und können es da draufgegangen well 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 my friend left left am laudesten war haft ok herr mit dem sommer schlub er hat einmal den sommer schlub emi dann die vertikale werde ich auch okay ist eigentlich für die mauern mittlerweile schon wie wende andere teile nehmen auch die löchern drin okay aber wandhalterung haben wir noch keine wenn ich das hier schon sehr wir sind ja eigentlich recht schon fast zu weit weg für meinen geschmack überlegen wie wir das jetzt hier am sinnvollsten runterkriegen das rohr löcher für rohre genau löcher für rohre es gibt diese pols anwenden für die stromleitung kann sie quasi anwenden auch noch vervielfachen nicht nur dass es durch die wand halt durchführt was ist denn das für ein vieh alter ok ok verstanden joa dann bin ich hier ne also die haben auf jeden fall hier mal ein bisschen was geändert an dem ding du hast ja ne was ist denn hier die viehe waren früher schon da du bist nur früher mal nie durch die map gelatscht nee das vieh ballert quasi ein feuerball in die luft der bleibt dort stehen und schweißen von da aus schießt er wieder welche raus das haben die aber schon früher gemacht ja gut dann waren sie mal schneller tot bei mir muss ich mal so sagen ok cool 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 haben wir den inhaler rein damit erst mal geil und jetzt runter mal so jetzt ist es auch down die sau die sind auf jeden fall mega verwirrt diese typen jetzt muss ich ja im prinzip ja wie krieg ich das nicht einfach gerade runter das rohr ja wo das ist ah ich weiß nicht wie warte mal ist das in der dutle naja in der unseembaren ölquelle wasser wäre echt schon geil glasfundamente reingebaut haben aber das ist ja jetzt hier eher so ein waldbiom wo ich mich jetzt hier aufhalte die fundamentgestelle in die glasfundamente ok die glasfundamente wenn wir das vorstellen das kommt mir sehr bekannt ich glaube ich weiß wie du es meinst so quasi so wie es hier ist so dass ich die hitboxen quasi überlagern das ist auch ganz cool eigentlich tatsächlich das gefällt mir ich weiß zwar nicht wieso hier glas ist generell aber warum auch nicht ich schau jetzt hier erstmal weiter ich bin jetzt hier auf so einem ort naja stimmt ist ganz nice hier waren wir glaube ich auch beim letzten mal dieses waldvieh hier ich glaube hier haben wir silikon und so ein kram bauxit und sowas leckt aber auch mal boah jetzt habe ich hier so eine horde boah da hinten steht schon wieder so ein alpha 4 rum alles klar juggie unterwegs in fremden welten die reise zum mittelpunkt der erde so ihr dudes hier dürfen live dabei sein damit habt ihr jetzt nicht gerechnet mh gut da hinten ist unsere base ah ja ok gut ja mit dem water ist hier auf jeden fall oh ey wenn ich hier wieder runterfalle raste hier aus ne ok gut ähm so map hochladen was ist denn das hier was sieht hier aus nach vier coupons den nehmen wir mit hey quaz hast du mal hast du noch irgendwelche coupons irgendwo eingelagert oder wo sind die ähm ok ich lad mal kurz die karte hoch ihr seht das alles gerade nicht das macht aber nix die 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 offensichtlich sind wir hier nichts erforscht hier ist unsere ok jep 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 spiele informationen hab stationen wer ist da sieht doch gut aus wir haben da auf jeden fall ein bisschen was Logistik Pipeline-Stütze Pipeline-Wandstütze Pipeline-Wallhole Pipeline-Wallhole haben sie hier Öl auch mit Pipeline-Gloryhole super eklig ok so haben wir denn die Rohstoffadern und ja Wasser haben wir wirklich in der Nähe ordentlich das ist sehr seltsam in der Nähe von was äh quasi hinter diesem riesenberg schauen wir mal rein drück ins game ähm das müsste ja ich lasse das jetzt mal ohne Wall Attachment sondern ganz einfach hier dass die Rohre quasi genau einfach vertikal runter gehen da brauchen wir mal ein paar Pumpen stecke ich denn hier die ganze Zeit eine reicht wahrscheinlich nicht aus ok das sieht gar nicht schlecht aus oh my god das sieht gar nicht so gut aus ok ok und dann würde ich das noch quasi hier lang führen in dem Prinzip ah fast wärs noch besser gewesen wenn wir es hier runter geführt hätten geht aber nicht da müssen die sich kreuzen und dann können wir aber hier weiter zumachen so wo ist denn jetzt hier diese Biene da guck mal her ach die schwimmt und kommt nicht mehr aus dem Wasser oder was ich mach grad ihren Freischwimmer okay okay und darunter ist offensichtlich eine irgend so ein Spinnenvieh okay auch mal kleine lass mich bloß in Frieden du Vieh du Vieh lass mich einfach in Frieden wo bist du oh 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 jetzt wird hier schon so wieder Graspatches und da ist auch schon wieder so ein Dude okay lass mich bitte einfach in Ruhe ja haltwegs und los geht's Damage to fix it properly detected ich brauche nur noch eine Welt wo meine Freunde genügend Fundamente platziert haben die nicht direkt auf dem Boden sind aber da könnte ich dir unseren alten Spielstand noch von Update 2 ans Herz legen da haben wir schwebende Fundamente ohne Ende allerdings halt nicht nur auf einer Ebene sondern auf gefühlt 20 Ebenen naja das war echt gut naja naja was ist mit ihm hier los okay was ist hier heute los das ist mir hier alles sehr ja und natürlich 35.000 sicher war Jiggy, baue doch einfach Stackable Pipes ja aber das ne das passt ja hier einfach nicht wo soll ich denn jetzt hier Stackable Pipes bauen muss das jetzt folgendermaßen okay hab ich nicht aber hier haben wir auf jeden Fall Wasser so gucken wir mal kann ich denn hier die Water Extractors bauen ja kann ich und zwar richtig viel natürlich kein Beton mehr so dann können wir jetzt hier erstmal das ganze Zeug hier ist bestimmt noch was drin und da wieder Glas drüber naja kann ich ja jetzt gut machen da wo es jetzt ist können wir doch wunderbar Glas drüber machen Guck mal hier Beton drin ohne Ende jetzt Alter jetzt Alter ich dachte es wäre nur einer ne also ich wusste es heute bin ich aber auch schreckhaft das ist nicht mehr schön gut Gott ah Mann böse Natur da draußen da schießt einen gleich dir in die Beine du so 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 ich sehe auch Space Elevator das heißt ich müsste jetzt hier auch gleich unsere wo habe ich das habe ich das I like it ok dann haben wir die Beine zusammen dann müssen wir hinten nochmal zwei zusammen bringen und dann ja ne und dann die Kritze müssen wir quasi 50-50 auf beide Pipelines verteilen so war das System genau richtig also fünf Pumpen zwei in eine Richtung und Alter wie viele ist denn das sind so drei von diesen oh aber viel zu viel Shit Fauna die hier rumrennt so viel war doch früher nicht man das sind kill sie alle hab ich noch einen Inhaler hier am Start nö geht es nicht so geht es nicht funktioniert hier nicht weil die anderen Pumpen im Weg sind also wir haben mit diesen Nuts woher sollte ich nicht so viele davon an Nuts unglaublich ja diese Baumudi Apfel ich glaube meinst du das war zu lang nee ich glaube nicht oder das war da war die andere Links hier im Weg jemand hier der beim Tierschutzbund arbeitet nicht dass ich einen Fettnaufträder oder so ach nee aber die Viecher da unten Himmel so ne Menge aber ich krieg das hin ich weiß ja wo das Wasser ist so ich hab ne Idee auf jeden Fall wenn ich sonst nicht hier oder genau die auf Hälfte des Weges quasi das Treffen also sprich Öl und Wasser die Entfernung und in der Mitte baue ich die Ölproduktion einmal einen Knoten reingemacht oder passt das schon was machst du denn ich seh da auf deinem Stream wieder wie geil das ist bitte mach gerade bitte 90 Grad mach ich ja mach ich ja aber ach doch guck mal 2D funktioniert je nach Baumodus wenn du halt zwei Enden einer Pipe sehr nah beieinander hast die du miteinander verbinden möchtest mit so einer Pipe und du hast einen falschen Baumodus drin dann macht der da erstmal einen Knoten quasi rein in die Pipeline und dann kannst du natürlich nicht bauen aber mit dem 2D Baumodus geht das ja ja danke für den Tipp Apfel danke für den Tipp ja irgendwie musste ich auch mal gucken ach die Zing mit dem bauen auf wenn du halt manchmal einfach nur Pipes verbindest die dann wieder weg machst dann kannst du bei den Verbindungen kannst du kein Teestück bauen es geht echt wirklich nur auf so normalen Pipes wie bei den Verbindungen kannst du kein Teestück bauen also wenn du zwei Pipes zusammen packst ne ja und dann irgendwie das Stück da unten weg nimmst das ähm dieses Teestück sozusagen dann ähm ne nicht Teestück wie nennt sich das die Kreuzung oder was ja auch nicht die Kreuzung oder den Support die Stütze ok ja da kannst du dann nicht einfach ein Dings reinbauen ein Teestück weil er für Teestücke braucht er halt durchgehende Pipes ohne ohne irgendwelche ja achso ja ok genau also diese Support klar der ist dann im Weg genau ok aber eigentlich alles mhm Hyperbeams wollte ich nochmal Hyperbeams Hypertypes wollte ich da nochmal hinbauen warum warum habe ich eigentlich Staturen im Inventar I don't even know nehmen wir nochmal ich weiß gar nicht wie wir das Spiel überlebt haben bevor wir unsere Inventarkapazität vergrößert haben ich weiß es einfach nicht Juggie ja deswegen das versuche ich auch immer so schnell wie möglich irgendwie hinzukriegen einfach weil das Ding ist es aber trotzdem immer zu wenig immer vollkommen egal wie groß das Inventar ist naja gut vor allem wenn du so eine Großprojekte baust ne wenn du sagst ok gehen wir am anderen Arsch der Heide ne da willst irgendwie hin dauert so ich bin nochmal weg Titan bis später genießt noch deinen Sonntag ist euer Flugzeug zwischen inzwischen doch da ne ist nicht ich weiß nicht immer normalerweise eine neue Welt update starten muss man die Welt draußen ja ja genau ne bei uns ist das ja ich denke auch das ist eher so ein die haben es ja dann nachgepatcht ne aber das geht dann halt nur wenn jetzt mal neu anfangen würdest mit der Welt und dann ach ist ist jetzt nicht kriegsentscheidend hier wir haben dieses Flugzeug so oft schon starten und landen sehen wobei ich es immer wieder schön finde ne also ich finde das echt auch so eine detailverliebte und tolle Animation eigentlich wie so viele zu spielen das war es wirklich ich muss halt echt sagen es ist schon lange her dass ich so begeistert von einem Spiel war so auf allen Ebenen halt auch weißt du nicht ich hab schon natürlich viele gute Spiele gespielt und vielen denkmal so ja passt eigentlich ganz nice aber das ist so hier ist so vieles so gut und ne ne begeistert mich einfach ok ok ich weiß ja nicht wie es dir geht ja also na es ist so ein Spiel das ist mal leider sagen also man muss sich überlegen also das hat auf jeden Fall eine Menge Wiederspielfaktor so aber wahrscheinlich auch nicht für jeden ne es ist halt wieder so ein so ein Game das kannst du suchten bis zum get no aber musst du auch nicht er zwingt einen ja keiner dazu so richtig also kann ich das jetzt deswegen kann ich das da aber wieso geht das denn must snap to foundation or similar hm ist doch hier ne foundation oder und dann muss ich da echt ne wall haben das ist mir natürlich echt extrem nicht so gut weiß das eine von von den dudes hier was willst du machen pipeline support der band support pipeline wall support der geht wirklich nur an der wall es geht nur an der wall another break in the wall das geht so nicht das geht so nicht frage ist hyper tube ist nicht pipeline okay okay nein oh god ich muss mein leben okay und wieder mal na du dude what are you doing mal down fallen einfach mal abgerutscht und deswegen sind geländer halt auch einfach nur mega important wir haben eine neue gestartet aber vor dem bug fix dass das flug zeug quasi rein kommt das war ja apfel das war ja dann quasi wirklich ein bug fix der dann der dann nötig war aber da hatten wir dann halt schon angefangen und dementsprechend war das dann aber alles wieder weg beziehungsweise ging es nicht so reite schon bis dahin nee oh warum was du denn da du siehst es aber auch nicht eigentlich noch mal zu heilen nachdem du irgendwie respawned bist oder so ne so ich kann mich meine gesamte energie komplett voll heilen und deine noch dazu und zwölf anderen und mir die dazu packen wenn ich da runterfalle bin ich einfach mal tot da brauche ich auch nicht heilen da brauche ich gar nicht da brauche ich einfach nur ich dachte mir eben auch cool nutze einfach mal die hyper tube die du gerade gebaut hast auf dem weg dahin ist mir eingefallen mensch endet die nicht direkt über dem abgrund antwort ja tut welche hyper tube die ich gebaut habe endet denn genau über dem abgrund ne von mir achso oder halt zu öl plattformen also gut zu wissen dann weiß ich schon mal welche hyper tube also dass ich hyper tube die ich nicht gebaut habe und ich nutze gerade hier zurzeit nice to know aber immerhin walking simulator wieder 2020 ich sag's dann brauchen wir haben wir eigentlich schon beim letzten mal festgestellt dass jetzt dass wir die power poles auch endlich wieder auf die splitter und merger aufbauen können ja letztes mal hat mir das festgestellt nicht wahr ja ich muss es echt noch mal kurz zu sagen das ist ja genial endlich ich hier vielleicht oder wahrscheinlich nicht ne nutzt sowas nicht aber ich meine du bist doch hier der IT-fachmann ja word ist halt auch so ein cool so ein buch mit sieben siegeln ich dachte das wäre das wäre das quasi kinderspielzeug für für IT-fachangestellte die wissen da achso ah ok das war übrigens jetzt der moment als ich zwei pumpen angeschlossen habe jetzt hat uns was rausgesägt achso da hast du gleich ok da war es das dann ja das ist vielleicht zu viel aber ich sehe auch übrigens wir haben immer mal wieder einstürze was die energie angeht ja ok und diese einstürze die muss man sich halt mal angucken woher das kommt ne wenn du jetzt halt noch mehr wasser irgendwie dazu gepackt hast oder so ja aber komplett unabhängig von dem kreislauf für die ersten kraftwerke ok wo fehlt es uns jetzt hier wo leuchtet es gelb 106 pro kubik durch aber wie ist denn hier die wie soll denn hier die fließrichtung sein grün ne in welche richtung einmal in die hast du das nicht außen rum gelegt einmal kann es sein dass du bei den bei den rohren hier die fließrichtung sich begegnen lässt ja das tut sie soll das so sein ja weil er nicht mit Absicht aber läuft was ist mit der pumpe hier los die pumpt gar nichts mehr und hier ist es voll und hier ist es leer oder ist die nicht verbunden doch aber ich glaube so ganz funktioniert das system nicht wie du dir das hier vorgestellt hast hier na dann nimm das das kannst ja also du hast dir die pumpe du hast dir eine pumpe in die mitte gemacht sozusagen zwischen zwei kraftwerke genau diese pumpe soll das ja das linke den linken stuff weiter pumpen weil von links ist halt einfach zu langer zu langer weg ja aber das auf der anderen seite von der pumpe kommt das wasser ja von rechts die pumpe ist ja quasi da begegnet sich das ja wenn ich jetzt in das rohr gucke rechts von der pumpe das ist voll das rohr links von der pumpe komplett leer und die pumpe hat null fließgeschwindigkeit das wasser immer links von der pumpe ist leer ja hier links von der pumpe wäre ja vor der pumpe also ne hier ist es nahezu leer 0,6 von 8,7 dann kommt die pumpe und es müsste in diese richtung pumpen die pumpe ist komplett null fließgeschwindigkeit und dann hinter der pumpe da wo die pumpe theoretisch rauspumpen sollte da ist es voll komplett voll das rohr aber da kommt es ja schon von der anderen seite sollte sie eigentlich im kraftwerk treffen oder dann musst du das halt das eine zumachen ja ich glaube dieses system funktioniert nicht wenn du quasi dieses rohrsystem von zwei seiten zuführst ich guck mal was passiert wenn ich die pumpe weg nehme gar nichts schön ja dann denkt man das dauert aber auch ein bisschen bis sich das irgendwie bewegt ne hier ist es voll die menge in der leitung hängt von der leitung ab aber ja schon klar jetzt ist dann ne habe ich auch irgendwann volumenrechnung und so so meine lieben das war es mal wieder mit der heutigen folge von let's play sips factory update 3 wenn es euch gefallen hat einfach mal ein abo da lassen oder wenn ihr euch den rest der playlist anschauen wollt einfach mal hier klicken ansonsten bin ich dienstags donnerstags und sonntags auf twitch.tv slash tuki unterstrich tv zu sehen ja links ansonsten zu meinen socials wo ich auch mal neuen content poster sind und hier alles klar macht's gut bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal na ob zus euch